Danke. Hab ich mal ne 7 Level verloren, aber egal. Ja ich hatte grad äh vorhin als ich mich töten lassen habe hatte ich 35 Level. Ja noch brauchen wir die Level jetzt. Ja noch. Du hast nur ein Shard of Minim oder? Wer? Hast du nicht äh twisted oder? Warte ich habe zwei Stück. Ja ich brauch nur mehr einen. Äh was brauchst du? Wie wird? Zwei Level hab ich wieder da zurück. Wie viele Dias gibst du mir? Einen? Oder warte wie viele hast du überhaupt? Ob die überhaupt was hast? Ja sieben aber. Ja okay. Dia war halt. Äh. Ich weiß schon was man mit der Minimum Scherbe machen kann. Deswegen hm. Ist es auch okay wenn ich dir nur eine gebe? Ja ich brauch nur eine. Ich hab schon sieben. Kann man Bones auch Dings äh Dings wachsen lassen? Zuckerrohr? Äh na. Na kann man nicht. Okay. Dann lass ichs lieber. Ach so. Kann das durchbrennen lassen? Okay dann geh ich kurz raus. Ja also. Wie wartet man? Ja gut. Ich würd dann Dia geben für Arne. Weil ich brauch's. Ich brauch halt wirklich nur mehr die Arne. Ähm. Dann. Eisen. 4. Da von 1. Ähm. Der Craft? Ja. Irgendeine da? Hi. Hi. Ähm. Ähm. Dann lauf ich mal wieder zu meinem GS. Wie lange brauchen die Zuckerraum zu wachsen? Wüsst du das? Ähm. Wenn du's auf Sand stößt, dann schneller das weiß ich. Wie wenn es auf was? Wenn's auf Sand stößt, neben Wasser auf Sand, dann wachsen schneller das. Ja. Okay. Dann lauf ich wieder zurück zu mir. Was willst du denn? Drecksskelett, ey. Was wollt ihr eigentlich? Oh. Hi. Hinter dir ist er. Ja. Ich seh's. Ich seh's schon. Ja lass mich jetzt einfach wieder zuhaken. Ich oder du? Ähm. Tauschst du das gegen... Was tauschst du? Nein. Twisted. Warte ne. Achso. Twisted ist gleich weg. Der ist mit meiner Konfig, ey. Achso. So. Ich bin wieder da. So. Hi. Hey ähm. Ja. Ich komm mal kurz mit. Aber ich muss das Gitter da wieder zubauen. Das muss ich mir zustimmen. Dieses G.S. ist scheiße. Keine Ahnung. Das warst du, ne? Äh. Ich? Ja. Das ist doch. Das Grundstück ist scheiße, glaube ich. Keine Ahnung. Ich kriege durch den Zaun. Was? Mein erster Diamant. Äh. Ey ich will... Ich will unbedingt mir Dings machen. Wie mach ich mir Mace Raider? Ähm. Cobblestone. Cobblestone. Cobblestone flippend. Maschinenblock. Wie mach ich mir? Refined Iron. Wie mach ich mir Refined Iron? Einfach Eisen verbrennen im Ofen. Nochmal. Ja. Äh. Kann mir das mal jetzt einer mit der Turtle erklären? Ja. Okay. Was wird so erklären? Oder gleich. Ich muss jetzt erst mal ins End. Ich komm mit, okay? Okay. Double round. Bring mal Essen mit. Nice. Ich kann's versuchen, okay? Okay. Äh. Ich hab ein bisschen. Ich hab Brot, Rotten Meat und äh Karotten. Zwei. Ich geh grad paar Skelette. Auf meinem Grundstück? Ja, weil die mich angegriffen haben. Und wer mich angreift, den gäbe ich's auch... Warte ganz kurz, warte noch, warte noch, warte noch. Dann kann ich kurz hier... Das wachsen lassen. Lol, meine Aufnahmen. Flaps hat aufgehört. Fail. Fail. Äh. Äh. Was hat der da aufgenommen? Ich glaub ich werd gleich mal von einem Enderman gekillt. Oh, ich hasse Enderman so über alles. Äh. Deswegen wollte er den Minimstone fertig haben. Warte mal. Damit ich immer die Enderperlen so machen kann. Ach so. So machen kann. Oh, ich hasse Enderman so über alles. Weil jetzt hab ich mein Junkler oder fertig. Was heißt, ich hab das Hungerproblem halbwegs beseitigt. Zumindest meins. Nein, man hast du denn. Junge, dieser Typ in ihm an. Ohne Witz, ja. Der hat so viel Starf. So, dann sind wir auch wie an einmal. Das mal klauen, gillt. Nein, man nicht klauen. Das kommt in die Aufnahme. Lol, Enderman. 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 Komm, du wirst du da nicht. Komm. Wir gehen zusammen. Mhm. Ich hab jetzt auch, äh, drei Brot. Okay. Und, lol, bei mir ist es hängen geblieben. Ne, ich bin jetzt da. Ah, okay, ich bin auch wieder da. Lol. Was ist jetzt? Nein, look, nein, look. Okay, ich kann schon mal hier auffüllen. Was wird's auffüllen? Lava-Zellen. Boah, Junge, hier sind überall diese... Was, wenn man einen Zombieschwein tötet, kriegt man dann... Äh, die packen dich nicht an, solange du die nicht anpackst. Ich weiß nicht, wer das ist, aber kriegt man dann ein Goldschwert oder so. Gedroppt? Ja, kannst du kriegen. Alter, ich kann hier nix... Ich kann hier nix holen. Irgendwie. Lol, in der Hölle legt's bei mir. Awww. Ja, ey. Und ich hab kein Jetpack, um runterzugehen. Ich weiß nicht mal, wo iBlackcraft hingegangen ist. Da, da, ich seh den Namen. Boah, da braucht man alle Eisenblock, man. Eisendier, äh, Eisenspitzsäcke. Für den ganzen Stuff. Lol, lol, mich greift eine Feuerfledermaus an! Nein! Was? Die gibt's ja. Eine Gast! Lol, jetzt gibt die Gast mir den Rest, Alter. Scheiße, ich heu hier ab, Alter. So heilige Scheiße. Komm hoch! Lauf, du is it, lauf! Ja, ich bin da. Äh, ist irgendwo hier n See? Hast du was zum Essen? Ja, hab ich. Ja, hab ich. Wo bist du? Ich bin hinter dir, du voll fucken. Lol, ich seh dich nicht. Drop mal was. Lol, du bist unsichtbar. Ich seh dich. Lol. Ja, das kommt vielleicht im Laufe, wenn ich in der Welt bin. Hier braucht man, für alles braucht man eine Eisenspitzhacke hier in dem Nether. Ich schwöre, warum kann ich nichts hier bei den Empty Cells holen? Ja, das Redstone braucht man natürlich auch. Das Nether Redstone. Ähm, ich darf halt aufpassen, die werden aggressiv, wenn du denen was abbaust. Oh, oh, oh. Wo? Die Schweine? Ja. Ja, die Schweine werden aggressiv, wenn du was abbaust im Nether. Normal, ne? Ja, voll. Für die Agroviecher. Oh, ich hab vorne was abgebaut, bei denen müsste ich was passiert. Lol, ich hab ein Nether Redstone. Ja, ich weiß, aber hast du ne Eisenspitzhacke? Quarzspitzhacke und damit kann man es auch abbauen. Ich muss auch mal nicht zu dir kommen, wo bist du hin? Wo bist du? Scheiße. Portal. Lol, ich hab das Portal verloren. Scheiße. Oh, 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 oh. Ey, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich kann hier nix mit den Zellen auffüllen, mit den Zells. Ja, das geht. In Nether kannst du das irgendwie nicht einsammeln. Äh, dann kann ich mir im Eimer... Egal, ich geh mal kurz wieder zurück. Ja, auch schön. Dann hol ich mir kurz einen Eimer und dann mach ich mir ne unendliche Quelle. Von Lava? Ja, für Lava. Das geht. Echt? Ja, wie bei Wasser. Ja. Ja. Geil. Habe ich nicht gewusst. Framehymbrüche. Boah, ich hasse es. Ich hab kein Optifine installiert. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich muss ihn nur machen. Äh, hätt ich Optifine drauf, ne? Ho, dann geht's hier ab, ey. Kostet Optifine, äh, Cape Geld, Java? Ja. Ja, 10 Euro. Passive, 10 Euro. Mann. Hätt ich, hätt ich bei dem Gewinnspiel eine 10 Euro Passive Card gewonnen. Tja. Ich wär wahrscheinlich nicht immer machen, dass ich Dings gewinne. Einer gewinnt ein Premium-Account und einer gewinnt ein Cape.